so mal schauen ob ich jetzt weitergekommen bin ich hier lang gelaufen da nicht das war der konferenzraum nein das war der minderraum da war es auch nicht das war es auch nicht ich bin echt vergiss ich fach waiting room art room da komme ich nicht durch im art room war nur die stadt ich glaube ich bin dadurch gegangen dadurch und ich kann mir kein anderer munition macht ja das war hier so sicher sicher auf eine derartige überraschung habe ich nämlich nicht noch mal lust und hier richtig kürzlich mal entschuldigung das ist elektronik gerät locker room cap locker room locker room locker room das war das raum das ist der duschraum ich glaube den duschraum müsste es dann gewesen sein weil sonst gibt es hier nicht zu wo locker room ist oder das ist auch ein herzen zu auf das gibt es noch alles Also, wir müssen übertreiben Ah Das war im zweiten Start, oder? Dunkelkammer Schließfachzimmer Das Das ist der PC im zweiten Stock, ja Ah, hier war die Treppe Sonst abzugeben habe ich jetzt doch Der zeigt mir an, ich brauche dieses Ding zum Aufschließen nicht mehr Bolzenschneider nicht mehr Jetzt steht doch immer Bolzenschneider Ich sag nicht dazu So Speicher mache ich jetzt nicht Will schon schief gehen 2 Cap Ja Ja Schön Dritter Stock, Explosiv, genau Funktioniert wahrscheinlich hier nicht, oder? So Mit Cap Nein Hier ist ja funktionieren können Ja 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 Kirchweiniger Einigert Bei meiger hier ist Oder ein typ gesagt hat dass sie blind sind Doch Ist wohl nicht so Ich hoffe es ist dass ein mittelgroßes elektronikerät ajar bestätigen untersuchen kombinieren war es so ein blindes huhn bitte nicht kopfbogen schlange kopfbogen schlange schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange schnauze schnauze ich bin weg kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange kopfbogen schlange Sagen glaube ich kann ich auch nicht mehr machen Oh Gott Na guck mal, alles okay? Gut Wir setzen das letzte Stück ein Einen Weg rausfinden Da geht es nach unten Das ist er Unsere Haus Lieutenant Brenner Marvin Bitte nicht Zeit zu gehen Hey Marvin Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort Nein, nein Ich Rette dich selbst Kommen Sie, ich hab's Geh Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen Wenn Sie mir nur Es ist zu spät Hab's versucht, Leon Aber ich konnte es nicht stoppen Oh oh Das darf sich nicht ausbreiten Jetzt liegt es an dir Sie hat mitgeholfen Jetzt geh Verstanden Er macht's nicht mal lang Ich befürchte, dass wir Wir werden wahrscheinlich Auf alle Fälle wieder zurückkommen In die Polizeistation Nur, dass er dann wahrscheinlich mutiert ist Ja, ich werde tun, was ich kann, Marvin Tofe erhalten Weg zur Göttin Oh Schießpulver Ja, ja Flitmotionen Ja Hätten wir sonst Wenn Sie wieder mitnehmen müssen Rauskomme ich jetzt nicht mehr, oder? Nope Geheimraum T-Stange Achso, das ist eine Stange, okay Was haben wir denn alles? Ich könnte noch Dingsmoni machen, aber das mache ich nicht Gelber, nice Parking müsste das jetzt sein Wer speichert Achso, doch Boah Ich sag schon, wir kommen jetzt nicht mehr wieder zurück Eine ruhige Phase wäre jetzt mal Entschuldigung Wieder aufgeregt Eine ruhige Phase wäre jetzt ganz schön Kann ich das mitnehmen? Handgranate Alter, was gibt's denn hier alles? Äh Was ist das da drin? Ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich Oder? Ne Wahrscheinlich einen Knauf oder irgendwie sowas Okay, da komme ich noch nicht durch Da werden wir erst später durchgejagt So Oh oh Nein Ruhige Ich hab gesagt ruhig Ruhige Phase Und eine Szene Genau Eine Szene wäre jetzt auch wieder Mal wieder schön Irgendwie so eine Szene Wo sind wir denn hier gelandet? Komm ich da durch? Ja, da will ich durchkommen Dann gehe ich erst mal hier hin Ich hoffe Ich hoffe wirklich Es funktioniert Scheiße Hätte funktionieren können Mann Ist ärgerlich Was beim Was bist du denn? Alter Iiii Ähm Keine Arena Keine Arena Nö Funktioniert wahrscheinlich nicht Komm her Äh Was? Willst du dich verarschen? Sag hast du Da Danke Hallo Danke Wer bist du denn? Helf mir Würde ich gerne Wenn du nicht Mich ergreifen würdest Danke Sherry Sherry? Einige Objekte Können mit anderen Objekten Ja, ich weiß Äh Ausrüsten Tod? Nein Nein Tod Was? Achja Ich hab den Ein Versammelt Keine andere Wahl Muss ihn Ich muss ihn Was ist mir helfen könnte? Nein Danke Nein Der Karte Tschüss Der ist Sherry Was soll ich noch machen? Nein Was soll ich noch machen? Spiel Ich könnte Gebrauchen Hilfe Jetzt Hallo Oh Alter Ne leid oder so ist ja auch nirgendwo Aber ich habe das falsch gemacht Hier war ich schon Tut kann ja auch nichts Hi Oder soll ich den versuchen irgendwie zu etwas zu bringen? Na komm Lass mich mal durch Danke Ich habe jetzt nicht Gerade überhaupt keine Ahnung was ich machen soll Nein Scheiße Nein Soll ich ihn hier hinbringen? Boah, leg mir doch! Scheiß, Sackgassen! Ich hab ja echt keine Ahnung, was ich machen soll! Ja, ich schlau hier rum, aber... Ich hab irgendwie das Gefühl, ich musste ihn nicht erschlagen lassen, aber ich hab nicht... Was soll ich denn machen? Hallo! Ist auch nichts, hä? Ich seh auch nichts, womit ich irgendwie fahre oder könnte oder so... Muss ich vielleicht irgendwie so einen besonderen Knopf rücken oder... Nein! Ja komm, bring mich um! Ich hab echt keine Ahnung, was da kommen soll! Ja komm, hey! Hallo! 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 Da geht's! Hallo! Hallo! Und der ist doch tot! Sie sind tot. Fortsetzen. Leon schlägt sich durch die Zümbi-Horden bis zur Polizeistattung für ein Cruiser-City durch. Aber selbst dort ist es nicht mehr sicher. Auf der Suche nach Überlebenden beginnt er das Gebäude zu erkunden. Was ist denn da oben? Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was sie machen sollen. Ja, das kennen wir glücklicherweise noch nicht. Warte. Was habe ich denn alles im Inletar? Ich gehe nochmal zurück. Ich habe die Granaten nicht mehr? Hatte ich... Die Granaten hatte ich doch davor schon, oder? Ich hatte insgesamt zwei Granaten. Ne, egal. Ich mache es jetzt so. Ach, ich bin noch nicht runter gewesen. Deswegen. So, ich gehe jetzt nochmal hoch. Äh, hier. Und machen wir nochmal Flitten-Munition. So. Äh, da. Ausnehmen. Oh Gott. Kombinieren. Ich weiß sonst auch nicht, echt nicht, was ich noch machen soll. So. So. Okay. Okay. So. Okay.